auf ein paar potenziell tödliche berge steigen aber ein netz go Na gucken, Speed One Runde. Ja, ich habe das gerade den kompletten Kultus gerade verloren. Oh nein. Ah, tot. Okay, let's go, da ist einer. Ab ein, Shatterkill. Mit dem breitesten Skin eine Runde versuchen zu gewinnen. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. ich sehe einfach gar nichts mit diesen skin und krotzen hat gerade selbst gesehen dass ich keinen blick gesehen habe profi was geht was geht wahrscheinlich wird das video das glaube ich heute das letzte video sein für heute ich muss halt dieses video jetzt auch behalten weil ich eigentlich generell die videos wenn ich sie ja hochlade aber ich mache jetzt so es wird am keine ahnung wie okay der war ja vollkommen los okay okay jetzt so weiter geht's klar von ich den gleichstand gerade let's go so ich spiel jetzt einfach ohne schild ich mache jetzt ohne schild für das ich gehe mal schon mal safe noch bewegen er sendet tut mir leid ich bin wenn du gerade was auf discord schreibst ne ich kann das gerade nicht lesen mir leid aus beiden wenn wir sogar wenn ich das jetzt finde hier so gut ausnutzen ja wieso findet man hier kein zweiter mehr okay dann kämpfe ich eben nur mit grauer pump let's go let's go heute mal ohne ohne gute waffen ich behalte jetzt diese waffen die ich gerade in meinem meiner hand habe sie waren gerade nicht die besten waffen das ist schon wieder keiner geil das erkennt man immer let's go ich kann ja einfach erstmal durch hoffen wir holen uns jetzt den sieg sorry werde ich gerade einfach wegfahre ich konzentriere mich gerade irgendwie nur auf kids und auf den dino die zeit bitte ihn nur hat mich gestorben da kack dino er steckt lombo in die kommentare bitte von hashtag labs der beste auch und ich sagte beste ich dass man sich irgendwie jetzt falsch verstanden hat oh mein gott ich habe ich wieder meine runde nur mit einem hp im stream das ist so funny wie viele wins habe ich eigentlich das ist total wenig aber trotzdem versuch nummer wir machen ja wie immer drei versuche drei runden das ist mal in drei runden video oder ab und zu wenn wir jetzt diese runde verliehen würden dann werden wir ja drei runden machen halt oder mehr noch ein zweites versuch wenn wir die zweite runde verlieren würden da hat noch ein versuch und das wird ja gerade glaube ich nicht passieren deswegen ja ja ich packe neue waffen mein zeit weil es kommt bald wieder eine neue zeit challenge und der kopf jetzt ist ja am arsch der welt schon wieder muss ich da hinfahren um ihn töten zu müssen geil drei maschinenpistole ich kämpfe nur mit drei maschinen jetzt go einer hab ich Einen da oben. Okay, das habt ihr nicht gesehen. Das ist ihm gerade einfach weggefetzt hat, ohne was zu tun. Okay, der müsste gleich tot sein. Fünf Kills. Let's go. Ich hoffe, ich habe sehr schnell fünf Kills gemacht. Ah, Lev ist da. Geil. Let's go, Lev. Ich ziehe das jetzt alles durch, ohne... Oh, Lev. Es geht. Hätte ich auch schon wieder da. Hey, steht 66. Steht 66. Wer von uns beiden gewinnt. Ich muss schnell gewinnen. Lev von uns macht mehr Kills, heißt die Wette, Lev. Da ist einer von uns, muss mehr Kills machen, um zu gewinnen, okay? Am Ende, wir gucken, wenn gewann hat... Ist hier noch irgendwo eine Stadt in der Nähe? So, außer... Okay, ich weiß, wo die nächsten Bots sind. Folgen Sie mir, Lev. Let's go. Ich habe Spider-Man, da musst du mir jetzt hinterher... Ich habe immer zu den Bots-Stätten, ne? Yes. Wenn ihr einen guten Start haben wollt, dann immer zu den Bots-Ständen. Ich habe einen. Ich habe noch einen. Mist, ich wollte ihn noch klauen. Okay, das ist wieder meine Idee. Hauptsache, nichts. Ah, nein! 8, 7. Okay, er darf kein Kill mehr machen. Und ich darf nicht sterben. Okay, da hinten kommen wir noch welche. Oh, fuck. Ich habe einen. Let's go. Das ist ein Fick. Hat noch einen. Alter! Alter! Nein! Nachladen! Na, na, na. A-C-Kids! Let's go! Jetzt habe ich den C-Kids! Oh, nein. Nein, Lev! Nein, nein, ist mein Kill! Nein, nein! Nein, okay, da ist es einer. Oh mein Gott, was ist das? Oh Gott, ich habe einen Kill-Bug. Ich habe einen Kill-Bug. Nein, keine Muni! Oh, der fasst Granatenwerfer-Muni. Zufällig. Granatenwerfer-Muni. Okay. Ähm. Ich kämpfe nur mit Maschinenpistole. Let's go! Nur mit Maschinenpistole und 50 HP in der Runde gewinnen. Wer wird das machbar sein? Was glaubst du? Wir gewinnen nur mit Maschinenpistole. Ach, komm, wir nennen den Titel einfach. Wir gewinnen nur mit Maschinenpistole. Also, es ist so unmöglich, du kannst hier sogar mit Maschinenpistole gewinnen. Ah, hi. Bin zu gar nicht in die Bots gesprungen. Nein, nein. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich bin ja auch noch nicht so Wonshot, wie man sieht, war ich noch niemals in meinem Leben. Digga, wo sind die denn, Gegner? Wie kann man einen Gegner so scheiße finden? Digga, wenn ich keine Gegner f... Inkelz. Okay, der wird mir bitte kommen. Lassen wir mal. Nein! Zeig jetzt wer die GG an, Neff. Okay, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Okay, Lev. Danke, dass du mitgemacht hast. Wer macht mehr Kills gegen... gegen... Lev? Wer macht mehr Kills gegen Lev? Lev hat gewonnen. Zwölf Kills. Habt ihr ja auch gerade gesehen. So, Lev. Hallo, kann man mich hören? Okay, warte mal kurz. Kann man mich hören? Schreib's mal kurz da unten in den Chat. Okay, willst du dir noch was sagen, bevor ich das Video beende? Was ist in den Chat? Okay. Tschüss, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Erstmal GG auch an Lev in den Kommentaren. Und... Moin, Leute. Wie ihr seht, hier haben wir diesmal kein Käfig von meinem Hostier, weil das Hostier ist heute gestorben. Ja. Schluss auch mit der Verzeihung. Schreib's mal neben dem rap. Schreib's mal.